Wie auch immer, wir haben keine Wahl. Wir folgen einfach nur den Befehlen. Und das Warty-Hauptquartier fordert unnachgiebig Fortschritte. Ich... ich wünschte wirklich, ich könnte etwas tun. Ich bete, dass sie nicht hier sterben muss. Faith ist... sie ist noch ein Kind. Find her, save her. Hallo Zoe. Schön, dich wiederzusehen. Weinst du? Hey, nein. Nein, ich hab nur... ja, ich weine. Oh, ich verstehe. Warum? Weil ich traurig bin. Wirst du bleiben oder gehst du wieder? Ich bleibe auf jeden Fall, Wonkas. Fein. Das ist schön. Ich mag es, wenn du hier bist. Übrigens, du hast Besuch, Zoe. Besuch? Ja, sie stellte mir Fragen. Was für Fragen? Die komplizierte Sorte. Die Sorte, die ich nicht beantworten kann. Über dich und deinen Vater. Wo ist sie jetzt? Sie ist draußen. Sie wollte die Aussicht genießen. Ich sagte ihr, sie solle hier auf dich warten, Zoe. Aber sie achtete nicht auf mich. Hallo, Zoe. Was? Was tun sie hier? Wie sind sie hereingekommen? Ich bin hier, um mit ihnen zu reden. Sie waren auf einer sehr langen Reise. Ich bin froh, dass sie es letztlich zurückgeschafft haben. Wie haben sie... Sie sind es. Ich bin um die Welt gereist, aber alles führt zu ihnen zurück. Faith. Sie ist ihr Experiment, nicht wahr? Jeevas Experiment. Das ist sie. Ich meine, sie war es. Aber wir waren es nicht, die sie zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Das war die Wartikorp. Das war Pete's. Ich wollte, dass Faith ihr Leben in Frieden bei einer Pflegefamilie verbringen kann. Sie hatte nicht mehr lange und es ging ihr schon schlecht genug. Aber die Wartikorp hatte andere Pläne. Sie brauchten eine passende menschliche Versuchsperson für ihre Droge Morpheus und das Dreamnet. Sie haben Faith fortgebracht. Ich weiß. Sie haben Faith durch die Hölle gejagt. Das habe ich nie gewollt. Hören Sie auf mit der Entschuldigung. Sie war Ihre Schöpfung. Und Sie tragen die Verantwortung. Ja, das ist wahr. Heute ist mir klar, dass es ein Fehler war, sie Ihnen zu überlassen. Aber wir gehören der Wartikorp. Wir haben nichts zu bestimmen. Sie sagen mir nichts, was ich nicht schon wüsste. Warum sind Sie hier? Haben Sie Leute von Ai dabei? Die Zwillinge? Los, schlagen Sie ruhig wieder zu. Ich bin zu müde, um mich noch zu wehren. Ich bin hier, weil ich Ihre Hilfe brauche. Meine Hilfe? Was meinen Sie damit? Ich will Wartikorp daran hindern, den Dreamer zu starten. Und ich will die Stasis hindern, sich weiter zu verbreiten. Vielleicht halten Sie mich für grausam und rücksichtslos. Aber ich bin nur pragmatisch. Niemand wird etwas davon haben, wenn Warty ihre Pläne vollendet oder die Stasis einen weiteren Kollaps verursacht. Und ich habe auch persönliche Gründe, Pete's aufzuhalten. Er hat schon so viel Leid verursacht und er wird unabsehbaren Schaden anrichten, wenn er seine Pläne vollenden kann. Wie kommen Sie darauf, dass ich Ihnen bei irgendetwas helfen würde? Ich erwarte dich, dass Sie mir helfen. Aber Sie werden Faith helfen, nicht wahr? Sie werden Sie nicht noch mehr leiden lassen. Und Sie werden die Wartikorp aufhalten. Selbst wenn Sie nicht Ihren Freund getötet hätte. Woher wissen Sie das alles? Ich habe Ihnen eine Wanze angeheftet, als ich Sie zum ersten Mal sah, Zoe. Sie sandte mir in regelmäßigen Abständen Daten. Ich habe alles gehört, was Sie sagten. Ich weiß von allem, was geschah. Ich habe Ihnen geholfen, Ihren Weg zu gehen. Und jetzt werden Sie mir helfen, denn es ist der einzige Weg, Faith zu retten. Die einzige Möglichkeit, Risa zu rächen und die Wartikorp aufzuhalten. Das ist alles. Komplizierter ist es nicht. Und wie kann ich Faith helfen? Sie ist doch schon tot, oder etwa nicht? Ja und nein. Ich kann es nicht erklären, aber Sie haben es selbst gesehen, Zoe. Sie ist im Netz, im Dreamnet, in dieser virtuellen Welt. Ob sie es selbst ist? Ihre Erinnerung? Ihre Seele? Ich weiß es nicht. Es ist nicht an mir zu theoretisieren. Fakt ist, dass ein Teil von ihr im Netzwerk ist, im Dreamcore. Und sie leidet. Aber Sie können ihr helfen, Zoe. Wenn ich das tue, höre ich nicht bei Warty oder Pete's auf. Auch Sie müssen sich dann verantworten. Ich bin eine gebrannt magte Frau. In dem Moment, da mich das Ei findet, bin ich tot. Warty wird mich nicht frei herumlaufen und den Leuten erzählen lassen, was ich weiß. Wenn das keine Verurteilung ist, was dann sonst? Im Moment ist Rache alles, was ich will für das, was mir und meiner Firma angetan wurde. Und wenn es bedeutet, alles zu verlieren, dann soll es so sein. Was wollen Sie also? Was soll ich tun? Sie müssen ins Dreamnet gehen und Faith überzeugen, loszulassen. Wenn das passiert, wird das Netzwerk zusammenbrechen und ein Ghana, das Dreamcore, offline gehen. Faith überreden? Wie soll ich das schaffen? Und warum ich? Weil sie die Verbindung zu ihr haben. Ich weiß nicht, was es ist. Es scheint, als besäßen sie einen Teil ihrer esoterisch-genetischen Qualitäten. Und Faith mag sie. Übrigens, niemand sonst war jemals in der Lage, Faith in diesem Netzwerk aufzufinden. Ihren Aufenthaltsort, ihre Erinnerung. Ich habe es versucht, aber es ist, als wäre sie gar nicht dort. Sie hingegen haben sie gefunden. Mehrere Male. Sie sucht nach ihnen. Sie braucht sie. Aber um ihr zu helfen, müssen sie zuerst mir helfen. Wie denn? Ich habe einen Dreamer dabei. Sie gehen hinein, sprechen mit Faith und überreden, sie loszulassen. Zu was immer sie geworden ist. Einem Virus, einem Geist in der Maschine. Nur sie selbst kann das stoppen. Wenn sie aber bleibt. Wenn sie ihren Einfluss weiter durch das Netz verbreitet, wird es letztlich völlig zusammenbrechen. Wir sprechen von einigen Tagen. Vielleicht auch weniger. Falls sie dazu in der Lage ist. Was ist sie überhaupt? Ich weiß es nicht. Wie ich sagte, vielleicht ein Geist in der Maschine. Ihr Körper ist tot, nicht aber ihr Geist. Sie haben sie mit Morpheus vollgepumpt. Sie haben sie mit einer Überdosis getötet. Wer weiß, vielleicht gibt es so etwas wie eine unsterbliche Seele. Und das ist es, was übrig ist von ihr. Sie starb, während sie im Dreamnet war. Während sie einen sehr intensiven Traum träumte. Vielleicht ist sie noch immer darin. Und er ist es, der sich durch das Netz verbreitet. Was auch immer zutrifft, es ist bedeutungslos. Fakt ist, dass Faith dort irgendwo ist, im Dreamnet. Innerhalb ein Ghana und sie muss von dort fort. Was Sie sagen bedeutet, sie muss sterben. Zoe, sie ist bereits tot. Das ist eine Tatsache. Was von ihr übrig ist, ist nicht glücklich. Sie muss beendet werden, heruntergefahren, wie immer sie das nennen wollen. Und Sie wollen, dass ich sie dazu bringe, loszulassen? Zu sterben? Ja, weil es das Richtige ist. Hören Sie, Zoe, wir haben nicht mehr viel Zeit. Sie müssen sich entscheiden. Entweder sie tun es oder ich verschwinde und sie sehen mich nie wieder. Falls das passiert, wird das Netz zusammenbrechen und eine unbeschreibliche Katastrophe auslösen. Watticorp könnte den Dreamer weiter verbreiten und Peets Pläne könnten Wirklichkeit werden. Wer ist hier wohl das größere Übel? Er oder ich? Ich finde sie abscheulich. Sie haben eine unschuldige Person als Versuchsobjekt benutzt. Sie haben Faith erschaffen und dann wieder weggeworfen. Und wofür? Um Träume zu erforschen? Trotzdem, ich will nicht, dass die bösen Jungs gewinnen. Ich bin so weit gegangen. Jetzt gehe ich den Weg zu Ende. Jemand hat mir vor nicht allzu langer Zeit vorgeworfen, ich hätte kein Pflichtgefühl. Nun, schließen Sie mich an den Dreamer an. Ich werde Ihnen eine hochkonzentrierte Dosis Morpheus geben, mehr als Sie früher erhalten haben. Es wird Ihnen nicht schaden, aber es erlaubt Ihnen, Ihre Umgebung zu kontrollieren. Auf diese Weise wird es Faith nicht möglich sein, Sie wieder hinauszuwerfen. Was soll ich hier sagen? Wie kann ich Sie dazu bringen, loszulassen? Ich weiß es nicht. Das müssen Sie selbst herausfinden. Das ist unbekanntes Territorium. Sind Sie bereit? Ja, bin ich. Viel Glück! Und gute Nacht, Zoe. Zoe! Es fühlt sich dieses Mal anders an. Faith will, dass ich hineinkomme. Der finale Part Wir befinden uns also im Dreamnet oder in einem sogenannten Teil des Dreamnets, erscheint auch förmlich abgeschirmt zu sein. Und dies ist wohl die Welt von Faith, der Zurückgelassenen. Wir sollen dafür sorgen, dass sie das Dreamnet verlässt. Und Zoe ist quasi die Rückversicherung von Helena Chang. Ob wir diese letzte Aufgabe auch erfolgreich meistern werden? Wir werden sehen. Es hat eine halbe Ewigkeit gedauert, bis Zoe endlich aus diesem Dornröschenschlaf erweckt ist. Genauer gesagt, bis ich aus diesem Dornröschenschlaf erweckt wurde. Doch seit unbesorglich wurde durch keinem wundersamen Prinzen in die Welt zurückgeküsst, sondern der Drang, dieses Spiel endlich zu Ende zu führen, hat mich geküsst. Zurückgeküsst. Bevor wir uns aber Richtung dieses übermächtigen Puppenhauses aufmachen, möchte ich nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Die weiße Draken, vielleicht erinnert ihr euch zurück, hat einen bedeutungsschwangeren Satz zu Zoe gesagt. Und wenn ich der Magie nun genug Freiraum lassen darf, werdet ihr jetzt gleich eine bestimmte Sequenz zu Gesicht bekommen. Wie ihr nun sichtlich gemerkt habt, hat die Aussage der weißen Draken im Englischen weitaus mehr Sinn gemacht, als im Deutschen. Da kommt es überhaupt gar nicht so wirklich zum Tragen. Der Glaube bringt dich dahin, wo du am nötigsten gebraucht wirst. Und wahrscheinlich seid ihr jetzt seit dieser kurzen Sequenz auch von allein darauf gekommen, dass wir schlussfolgernd daraus deuten können, dass Faith diejenige war, die uns die ganze Zeit durch diese Welt geleitet hat, durch diese Geschichte, die Zoe auf den Weg gebracht hat. Sie ist eigentlich diejenige, die stets an unserer Seite war und uns geholfen hat. Vielleicht auch zum Teil Helena Chang, das will ich keineswegs hiermit leugnen. Aber ich finde, dass die Äußerung der weißen Draken doch sehr eindringlich ist. Dies bedeutet aber wiederum, dass wir uns nun endlich auf den Weg machen sollten. Und Faith, das heißt, wenn wir gleich auf sie treffen mögen, wird dies im besten Falle bestätigen. Faith scheint auf jeden Fall sehr viel Macht inne zu haben. Sie kann diese Welt formen, sie zu ihrem Eigen machen. Und irgendwann wird sie das gesamte Dreamlet zu ihrem Eigen machen. Dies könnte wohl zu einem erneuten Kollaps führen, wie auch immer er letzten Endes ausschauen mag. Das hat etwas Schauriges an sich. Aber ihr könnt sie sehen, dort oben. Augenscheinlich möchte ich das folgende Aufeinandertreffen ein wenig hinauszögern. Obwohl meine Neugierde natürlich in mein Such ist. Womöglich bedeutet dies aber auch das Ende des Spiels. Hallo? Hi, du musst Faith sein. Ich bin Zoe. Ich weiß. Was machst du da? Spielen. Verstehe. Und was spielst du? Ein Spiel. Wirklich? Kann ich auch mal? Vielleicht? Okay. Du hast mir geholfen, Faith. Nicht wahr? Die weiße Lady hat mich darum gebeten. Oh. Was hat die weiße Lady gesagt? Sie sagte, sie habe mit dir gesprochen. Hat sie dir gesagt, dass ich April Ryan finden und retten müsse? Ja. Wie sieht die weiße Lady aus? Sie ist ganz weiß. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie war gerade hier, kurz vor dir. Wie bitte? Oh, wirklich? Ja. Was hat sie gesagt? Sie sagte, alles wäre bestens. Sie sagte, du hättest es gut gemacht und dass du April gerettet hättest. Das hat sie gesagt? Dass ich April rettete? Ja. Du weißt, dass ich nach dir gesucht habe, nicht wahr? Ja. Warum ich? Warum hast du mit mir gesprochen, Faith? Weil du so bist wie ich. Was meinst du genau? Du träumst wie ich. Du meinst, die Dinge wahr zu träumen? Ja, du bist meine Schwester. Ich bin... was? Deine Schwester? Ja, du bist meine große Schwester. Du meinst, weil wir auf die gleiche Art träumen? Nein, weil wir Schwestern sind. Ganz real. Faith, langsam. Das ist wichtig. Warum glaubst du, sind wir Schwestern? Ich weiß es einfach. Die weiße Lady sagt das auch. Wir haben die gleiche Mutter. Wirklich? Faith, entschuldige, aber das ist unmöglich. Meine Mutter starb, lange bevor du geboren wurdest. Oh, nein. Unsere Mutter ist nicht tot. Und wir sind Schwestern. Das ist nicht möglich. Aber es stimmt. Wirklich, ich lüge nicht. Ich glaube dir, Faith. Okay. Ich glaube dir wirklich. Es ist nur... Weil ich dachte, meine Mutter wäre tot. Erinnerst du dich an deine Mutter? Nein, ich weiß nicht. Darüber möchte ich nicht reden. Lieber über etwas anderes. Faith, warum bist du hier? Ich habe keinen anderen Platz, wo ich hingehen könnte. Du kannst hier nicht bleiben. Du schadest der Welt. Ich weiß. Genau das hat die weiße Lady auch gesagt. Aber ich weiß nicht, wohin. Und... Und... Und ich habe Angst, Zoe. Ich weiß. Die hätte ich auch. Aber manchmal müssen wir loslassen. Müssen einfach darauf vertrauen, dass die Dinge in Ordnung kommen. Manchmal müssen wir... Faith. Du solltest hier einfach nicht mehr sein. Du solltest fort sein. Ich sollte tot sein. Nein. Nein, das solltest du... Ja. Ja, Faith. Du solltest tot sein. Ich weiß. Aber ich will nicht fort. Ich möchte allein sein. Vielleicht. Vielleicht nicht. Ich kann dir nichts versprechen, aber ich glaube, dass etwas Besseres auf dich wartet. Ich kann es nicht versprechen, aber ich glaube daran. Und ich kann dir versprechen, dass ich hier bleibe, solange du es verlangst. Du bleibst bei mir? Das werde ich. Ich möchte nicht, dass du noch länger allein bist. Okay. Okay. Ich frage mich, wie viel Zeit wohl vergeht. Ich meine in Wirklichkeit. Und welches Gesicht steckt in diesem Wartiller? Konnte uns Faith dadurch die ganze Zeit beobachten, mit uns kommunizieren? Sie konnte aus dem Dreamnet heraus die gesamte Technologie benutzen, um mit uns zu kommunizieren. Auf der anderen Seite ging dies nicht in Arcadia, in der Welt der Magie. Keine Technologie, keine Kommunikation, oder? Ich werde müde, Zoe. Schon gut, mein Schatz. Du kannst dich schlafen legen. Und mir wird auch kalt. Komm her. Besser? Ja. Wirst du bei mir bleiben? Solange du willst, Faith. Selbst wenn ich schlafe? Selbst wenn du schläfst. Ich verspreche es. Gute Nacht, Zoe. Gute Nacht, große Schwester. Gute Nacht, kleine Schwester. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Wie tragisch. Leb wohl, Faith. Wahrlich wohnt eine gewisse Tragik inne. Gute Nacht. Und somit haben wir das Schicksal dieses kleinen Mädchens besiegelt, ein für allemal, auf das du ewig schöne Träume hast und dass es dir besser geht auf der anderen Seite, wo auch immer diese sein mag. Morpheus. Meine Haustiere? Papa kann euch nicht hören und er kann nicht zu euch sprechen. Haustiere, meine Haustiere, was tut ihr? Das ist interessant, mit dem Wegfall von Faith wird Morpheus unversehens für die Wardicope nutzlos. Sie war auch seine Verbindung. Es tut mir leid, Zoe, aber ich kann sie nicht wieder aufwachen lassen. Leben Sie wohl. Sie sind wirklich ein wundervolles Mädchen, ihrem Vater so ähnlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie wiedersehen würde. Und ich wünschte, es hätte nicht so enden müssen. Schläft sie? Ach, Wongas. Sie ist. Ich werde hier bleiben und auf sie achten. Sie sollten. Wenn sie aufwacht, möchte sie vielleicht ein Spiel mit mir spielen. Vielleicht. Das würde mir sehr viel Spaß machen. Das war sie also, meine Geschichte. Sie klingt ziemlich unglaublich, ich weiß. Ein Teil davon fühlt sich an, als hätte ich geträumt. Aber alles davon ist wirklich geschehen. Ich helfe Faith, ihren Weg zu finden. Die Stasis ist Vergangenheit. Die Dinge sind wieder zur Normalität zurückgekehrt. Alles sollte mit der Welt in Frieden sein. Es sei denn, das ist es nicht. Nichts davon. Die bösen Kerle sind davon gekommen. Der Dreamer könnte noch immer herausgebracht werden. Wenn das geschieht. Ich bin nicht sicher, wie lange ich schon hier bin. Oder wie lange ich hier noch sein werde. Aber es gibt nichts mehr, was ich jetzt noch tun kann. Meine Geschichte ist erzählt. Die Zukunft liegt nicht mehr in meinen Händen. Sondern in deinen. Du musst etwas tun. Du musst meine Geschichte bis zum Ende der Welt erzählen. Bis jeder weiß, was hier passiert. Wenn du es nicht tust. Ich werde bald fort sein. Aber ich habe keine Angst. Wenn der Tod das Ende ist, weiß ich, dass unsere Träume zurückbleiben. Wer auch immer du bist, was auch immer du vorhast. Viel Glück. Ich bin sicher, dass du es brauchen wirst. Ich hoffe, meine Geschichte wurde gehört. Ich würde mich ziemlich dumm fühlen, wenn ich herausfände, dass ich mir das alles nur eingebildet habe. Wie geht es ihr? Sie entgleitet uns. Auch wir wurden mit einer Überdosis Morpheus versehen. Vorsicht, Dad. Das ist nicht der... Leb wohl. Sind wir am Ende angekommen? Nein. Ich finde ihn so großartig. Willkommen in der Zeit der Geschichten, Zoe. Hallo. Bin ich tot? Ich weiß nicht. Aber hier zählt das nicht. Hier sind alle Dinge nur. Du... Du bist hier einfach. Tod oder lebendig. Du bist einfach. Verstehst du? Nein. Aber erzähl nur weiter. Du bist etwas Besonderes, Zoe. Wirklich? Ja. Das bist du. Du bist eine Träumerin. Das sagte mir schon einmal jemand. Ist das gut? Ja und nein. Es ist weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes daran. Wie die Sterne am Himmel oder die Steine auf dem Boden. Es ist, wie es ist. Oh. Also... Wo sind wir nochmal? In der Zeit der Geschichten. Das ist, wo die Geschichten erzählt werden. Die Geschichten, die den Himmel und die Erde und alles dazwischen erschaffen. Siehst du, Zoe? Das Weltall und alles, was darin und außerhalb davon ist, ähnelt einem unendlich dicken Buch, das unzählige Geschichten enthält. Erstaunlich. Kannst du mir eine dieser Geschichten erzählen? Ich könnte. Aber nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Eigentlich bist du hier, um mir eine Geschichte zu erzählen, Zoe. So? Ja, bist du. Ich verstehe. Warum müssen wir so eilig handeln? Weil das Ungetrömte entfesselt wird. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es klingt nicht gut. Womit soll ich beginnen? Am Anfang natürlich, Zoe. Am Anfang? Das könnte aber eine lange Geschichte werden. Das ist schon okay. Also gut. Mein Name ist Zoe Castillo. Und ich glaube, dass ich tot sein müsste, aber ich bin nicht sicher. Der Name meines Vaters ist Gabriel. Daniel. Was für ein verschärfter Typ. Und schließlich? Heute ist der Tag, auf den jeder gewartet hat. Stimmt's Ryan? Richtig, Diane. Es war für Monate ein streng gehütetes Geheimnis, aber heute enthüllt Warticorp sein heiß ersehntes neues Produkt. Dreamtime. Die Fans haben schon vor Wochen begonnen, vor den Läden Schlangen zu bilden für das, was einige nun bereits das größte Ereignis seit Beginn der Geschichtsschreibung nennen. Wow. Ryan, ich wette, wenn du nicht hier sein müsstest, würdest du in einer dieser Schlangen dort stehen. Ja, da kannst du wetten, Diane. Warticorp wird bald enthüllen, worum es sich dreht. Nur eins kann ich schon verraten. Es wird das Gesicht des Entertainment verändern. Für immer. Gerüchte im Netz behaupten, Dreamtime würde den Menschen gestatten, bewusst zu träumen. Kontrollierbare Träume über alles, was man will. Ist da etwas Wahres dran, Ryan? Modernste Technologien. Du wirst es lieben. Ja, das wirst du, Diane. Was hat das zu bedeuten? Das Ungeträumte entwickelt sich. Wir sind am Ende angelangt und wie immer lasse ich erst die Credits durchlaufen. Und danach reden wir noch weiter. Das war so viel Input auf einmal. Ich sage einfach bis gleich, genieß den Abspann in vollen Zügen. Ich bin so excited, I just can't sleep. Ich bin so delighted, we should finally meet. Ich bin so excited, ich bin so excited, ich bin so excited. Ich bin so jeuетиere Martha fund, ich bin so blessed,rende ich noch Microfraud und so Clifford. Ich bin so leicht, ich bin so mega dazu, dass ich mich selbst credibility Lane Sache verbe Joshi bin. Ich bin so viele Brillchte und Fourn defeiglich. Ich erinnere mich an jeden Tag, einfach House Echt. Oh mein người, dass du dir librost, was ich bin flock dwellern. Untertitelung. BR 2018 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 zur analgacking-fing. BR 2018 Uni. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Cortes? Das ist Cortes? Hallo, alter Freund! Ch- Chavez? Was tust du hier? Die Zeit ist ein Kreislauf. Es wird hier nicht enden, du wirst gebraucht. Nimm meine Hand, Brian. Die Zukunft erwartet uns. Ich hätte mit dieser Sequenz niemals gerechnet. Untertitelung des ZDF, 2020